Wie nennen wir dich denn? Obelix geht ja nicht. Oh, verflixt können wir. Oh, verflixt. Oh, ne, wäre auch geil gewesen. Halt mal den Schaden. Ja, wir haben manchmal einen gescheiten Hexer dabei. Ja, nicht so ich bezogen. Ja, genau. In und wieder. Eigentlich so. Mann, wer hat gesagt, das ist so. Scheiß, wie blöd sind die eigentlich? Ich. Beide Kugelträger an mir. Beide geknallt. Wie so wie viel. Töter ist. NMH bleibt sicher. Du stirbst anständig. Ich bin schon aufgegeben. Ich. Ich. machen die da ist wie lemminger die wissen alle dadurch noch ein bg gewinnen muss man kett vollzuholen fehlt nur noch acht punkte oder was ja es ja geil wird man wieder gut fehlen 19 19 hat er gedacht ja outplayed Ja, das war ein Gisoo. Ja, das war ein Gisoo. Mit High Drive Cheap. Oh. Ich bin von Nice. Ich bin auch schon. 6er. Chris Dunn. Ach, jetzt haben wir ihn. Der Mann hier riesengroß in der Bubble. In der Grün. Woher die im Dieter. Schade, ich hoffe, dass ich keinen Kill mehr am Dashen ist. So geil, dass ich die Leiche zu dir. Alter, schwiegt. Komm ich nur alleine rein, gell? Dunn ihn. Nochmal. Im Killing Spree. Mach mal den, nein. Es hat schon Heiler gekillt. Übel. Ja, Leute. Hä, kommen sie selbst selber da. Fitsch Kacklitz an dir. Ne, aber es war schön der Rogue mit der Smoke. Und ich hab noch ein DS. Satz mit X war wohl nix, oder? Der Reimenparade, oder was? Ja, das war keine Absicht. Einfach so geprockt. Da ist nix. Echt? 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 Das ist total. Ja. Geil. Alter Schade. Es ist immer nix prozentig. Zehn prozent nur. Wegrennen Aktionen gekommen, die er sich vorgestellt hat. Da ist ein Arena-Meister. Und? Jetzt ist mir eben tot. Ich glaube, die haben schon längst aufgegeben. So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und wenn du es schon längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne. Tschüss.